naja und wie soll man das kontrollieren wenn der das wenn die an dieses spiel gekommen ist dann ja dann scheißig laufen müssen eher die eltern darauf achten dass das kind nicht solche spiele spielt aber man kommt immer irgendwie dran und heißt doch freunde oder was weiß ich ältere freunde keine ahnung was zölle ach da ein zombie pick kommt uns besuchen der wert der herr ist weg ok soll ich machen hier weiter das meiste lasse ich jetzt mal kurz ich bin schon wieder voll kann das sein was machen da kann ich das nicht einfach so nee schade ich wollte gerade mit shift hier rein schicken aber das geht ja gar nicht das so blöd blöd mit p noch so ein thema was mir letztens eingefallen ist es um fesseln die spiele dann hat man wirklich ein spiel so bei der letzten ein spiel ist wirklich gefesselt hat weil ich bin so ein bisschen drauf gekommen als ich bei lox das letzte mal war da ging es da das bestimmt noch hier da ging es darum ich habe ihn gefragt was für spiele er dann schon mehrmals durchgespielt weil wir kamen irgendwie wieder auf gothic und das ist ja ein spiel dass ich wahnsinnig gern gespielt wirklich mehrmals durch gothic 1 vorher okay vielleicht nicht komplett durchgespielt aber halt vor allem den anfang immer immer wieder hat am verfahren und spaß gemacht warum brennt es eigentlich ab und zu bis seltsam weißt du das wahrscheinlich auf jeden fall wie es jetzt weiter genau genau dann haben wir so aufgezählt welche spiele wir öfters mal durchgespielt haben und so weiter ne und was mir jetzt noch so eingefallen ist ich vermisse so bisschen die spiele die mich wirklich fesseln wo ich wirklich sage ich will jetzt von anderen bis ende durchspiel wo ich sage vor die story ist so ab so abgefahren geil da muss ich jetzt sofort weiterspielen das war das letzte mal bei assassin's creed so das habe ich jetzt wirklich muss ich habe sie zum release gespielt deswegen muss jetzt eigentlich sagen wann ich gespielt habe das habe ich nein schmal stimmt lüge 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 es ist das kürt war es zwar auch so das war im dezember letzten jahres also dezember 2012 habe ich es gespielt erstes zwei jahren direkt brotherhood dann direkt nach revelations und dann habe ich aber fürs drei jahr ein bisschen gewahrt obwohl mich das auch nicht so gefesselt habe was ich aber auch schon mal angesprochen habe weil es ein bisschen die uni gelitten hat darunter nee das letzte mal war eigentlich sansro the third super cooles spiel verarscht sich also wer spiele mag also wer spiele mag die sich gerne selber verarschen da er ist bei sansro the third vollkommen richtig wahrscheinlich bei allen sansro ich kein bloß der third aber ich denke die werden ihre linie treu geblieben sein super spiel kann ich eigentlich nur empfehlen da war das letzte mal so da musste ich unbedingt weiterspielen alles mit neben was geht ich habe sogar danach noch als ich komplett fertig war noch einfach so ein bisschen weiter gespielt ein bisschen durch die stadt cruisen ja es hat spaß gemacht deswegen freue ich mich auch ein bisschen auf den vierten teil von sansro kommt im august und ich hoffe ich habe die zeit vielleicht schüler zum lp zu machen da war darauf habe ich so richtig bock da noch ein bisschen mehr bock als gta aber ein bisschen ok es kommt auch vor gta obwohl gta ist ja noch gar nicht bestätigt dass von pc kommt weil wenn dann sowieso nur pc weil ich keine ps3 habe oder kommt auf xbox raus ist egal ich habe sowieso keine xbox also also 360 natürlich aber auch keine normale xbox also hätte sich die frage auch schon geklärt hey schaut doch wieder einigermaßen akzeptabel aus ich fliege mal kurz zu den hündchen rein naja geht so ich befreue ich mal vom schnee als hätte keine schneehühner mehr so ich habe noch kein hum geschlagen wird mir dazu auf das wird sich wahrscheinlich ändern ich habe keine schaufel mehr da ich hoffe haben sie sogar wieder erledigt hat doch wunderbar gepasst so und wer sich wundert was ich jetzt mit dem ganzen stehen macht ich war natürlich im recycler kann dann wieder essen mit man immer das mal so weil dann landes wieder direkt dort den ganzen stack eier sie mit eiern wir brauchen mehr auch für die welt so ich habe ein paar zum verteilen darum geht es nicht genau deswegen fesseln die spiele darum ging es ja eigentlich nach ich bin ja auch schon wieder soweit jura fesseln die spiele sensro ich hoffe sensro 4 wird mich auch wieder fesseln jetzt habe ich keine schaufel gemacht habe ich noch alles dabei auch habe ich also hoffe auf jeden fall dass mich festen wird auch das chance ist mir schon fast ein bisschen zu schade aber ist das einzige holz das ich gerade habe okay ich mache schon gut und ich habe jetzt gerade meine moral der geschichte vergessen verdammt ich lasse mich ein bisschen ablenken dann was eigentlich ich weiß es nicht ich weiß nicht mehr dass so ich mach mal kurz so zack kommt hier schoffeln sollten reichen nee ich gehe auf die andere seite weil da stört mich der schnee irgendwie mehr obwohl mich da stört mich der schnee eigentlich am meisten meine schöne terrasse da ich irgendwie nichts anfangen stimmt da fehlt mein tisch und die bank so ich mache mal den weg hier drüben damit er auch mal frei ist so ich komme gerade gar nicht zu meinem thema das ist voll schade weil ich weiß auch gar nicht mehr was ich zu dem thema sagen wollte scheiße fesselnde spiele schon fesselndes thema ich begreife es nämlich immer wieder auf und weiß trotzdem nichts zu sagen warum renne ich eigentlich immer so es bringt doch nichts so stimmt ich kann einfach gedrückt halten das macht den boden auch nicht kaputt mist das wollte ich eigentlich das wollte ich eigentlich gerade vermeiden mit der dingens mit der drill so sollte ich ein anderes thema aussuchen was fesselnde spiele oder schnee im sommer wollte ich nicht eigentlich wiki drüben machen damit da mal frei ist na toll warum rutscht es jetzt nicht nach da war doch ne steinschaufel egal ich wollte mal inventory tweaks installieren weil es praktischer ist weil es auch die ich wollen auch die schaufeln reinhaut so musik ist gerade etwas seltsam oder kommt mir das nur so vor ich habe sie aber ausgesucht bin ich jetzt seltsam stimm das war auch mal ein thema was ich mir überlegt hatte also let's place anschaut wie habe ich das wir haben es dann formuliert sind gott wie war das denn das ist schon ein bisschen länger seit ich das thema mir also als ich auf das ist als ich auf dieses thema gekommen bin ich bin da so ein bisschen durch habe ich das gefühl bin doch schon etwas müde so jetzt das thema habe ich auch gesagt was das thema heißt vielleicht überhaupt moment ich habe es doch bestimmt noch aufgeschrieben genau jetzt da ich habe es aufgeben wie sich leute zu geben genau ob das also vor allem bei let's let's speziell let's play ob das let's play spiegelbild der persönlichkeit ist jetzt darauf wollte ich eingehen wobei ich weil ich deswegen so so kontrovers finde ich glaube vor allem wenn ich so an mich denke ich finde das let's play ist nicht wirklich mein spiegelbild weil ja okay dass ich jetzt viel aber das ist jetzt für das let's play typisch das ist jetzt glaube ich kein möglich charakterium charakterium ich vermische gerade schon wieder wörter egal ich hoffe ihr wisst was ich meine das ist nichts charakteristisch dafür nein wollte ich auch nicht sagen kriterium ich habe ein satz sogar vergessen okay vielleicht sollte ich langsam zu müde okay ich entschuldige mich jetzt schon mal für die folge für die aufnahme sogar ich weiß nicht was ist unser bestoß laber ach jetzt da genau 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 let's play moment fehlt da was nein doch das eisfilter was nein das ist aber doof das mache ich später ich muss hier schaufeln und zwar viel so wo war ich jetzt ich fange zum dritten mal mit dem gleichen thema an auch es ist peinlich ist das heute ich bin heute so durch also genau das ist schon mal ein super beispiel in möglichkeit bin ich gar nicht so verplant wie ich hier meistens bin normal bin ich eigentlich sehr strukturiert ok machen wenn ich vielleicht wirklich verplant ok vielleicht ein bisschen verplant bin ich manchmal schon aber nicht so extrem wie heute vor allem okay heute bin ich auch extrem müde und ich rede auch gar nicht so viel wie im let's play also in wirklichkeit da bin ich eher mehr das also wenn ich eigentlich so mehr der zuhörer ich bin ja eher der stillere typ kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen so viel wie ich bei einem letzten labern könnte wenn ich wollte und auch manchmal auch tue ich werde hier wieder es ist aber schon länger her es ist gras drüber gewachsen es ist gras über die sache gewachsen und ich habe zwei von denen mache ich mal den hier und ich brauche schaufeln und ich habe schnee ich habe schnee in den taschen unmengen ich kann schnee verteilen gleichmäßig und möglichst viele leute wenn ihr das wollt nee das ist auch falsch egal ich schmeiße schnee in den recycler wir recyceln schnee hört sich seltsam an ist aber so so ich mache mal nochmal sechs schaufeln das ist wahrscheinlich jetzt zu viel aber scheiß drauf er schaut auch schon mal besser aus jetzt muss ich einmal wieder gras und so reinhauen okay wahrscheinlich reichen die schaufeln doch nicht habe ich so die ungute befürchtung genau spiegelbild von let's play ja persönlichkeiten bla da waren wir ich weiß nicht genau wie das bei anderen ist ich kann es auch schlecht beurteilen ich sehe auch bloß andere also wenn ich an das passiert dann weiß ich ja bloß wie es sich im let's play geben und nicht wie sie in wirklichkeit sind die natürlich hat vielleicht das let's play bisschen meine art verändert das let's play in allgemein das das heute ist ja eigentlich auch deswegen habe ich überhaupt let's playing angefangen war ich was ja wie gesagt weil ich eben so die stillere typ war habe ich mir was gesucht wo ich so ein bisschen mich zum labern zwingen muss was hier im let's player anscheinend gut gelungen ist und ja so ein bisschen aus mir raus zu kommen also irgendwie habe ich es eher versucht mich zu ändern let's plays können auch persönlichkeiten verändern denke ich man hat doch oft schlammern muss man ja man kümmert sich auch um anderes also mehr kümmert sich man sagt man sich jetzt falsch an man beschäftigt sich auch mehr mit anderen sachen so vor allem auch spiele weil das kommt als neues raus was jetzt gleich als nächstes vor allem da schaut man vor allem auf die neuesten spiele da ist man eigentlich meist eigentlich ziemlich gut dabei was so was demnächst rauskommt okay fragt mich jetzt nicht wahrscheinlich weiß ich nichts mensch rippt halt kommt doch demnächst raus zum beispiel fortsetzung von dead island das kann ich schon mal sagen es ist nicht eigentlich demnächst rauskommen was haben wir denn heute heute ist das 17 kommst nicht nächste woche irgendwann raus ich weiß es gar nicht mehr mai kommen auch irgendwie tolle spiele raus ich weiß habe es aber leider gerade vergessen wenn ich spiele hören weiß es wieder aber mir falls gerade mich jetzt gerade nicht mehr ein meine release jetzt was nächstes nächsten monat also kommt im mai so wie bin ich jetzt darauf gekommen spiele let's play ja genau andere beschäftigung warum das jetzt eigentlich ich komme ja auf seltsamste themen und vor allem auch verknüpfungen von themen ich weiß gar nicht wieso mein kopf ist zu viel los und im moment habe ich gerade alles raus was in meinem kopf so rumschwürt weil ich sonst keine ahnung auf was ich reden soll ich bin so durch ich weiß auch nicht wieso es wäre nicht so als ob ich nur zwei stunden geschlafen hätte oder so also das ist jetzt nicht ironisch gemeint sondern ich ist das ironisch nein das ist nicht nicht ironisch gemeint ihr merkt ich bin fertig also ich habe natürlich mehr als nur zwei stunden geschlafen so wollte ich das sagen bin aber trotzdem irgendwie total kaputt ich bin es einfach nicht mir gewohnt zu früh aufzustehen vielleicht liegt es ja daran nein mein schauflosboot so ja ich glaube ich lasse das thema jetzt vielleicht greife ich es nochmal irgendwann auf wenn ich ein bisschen fitter im kopf bin und lass das jetzt warum ist die musik jetzt eigentlich so plötzlich weg ich höre gerade gar keine musik mehr musik 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 ich höre gerade gar nichts mehr wo das ist ganz gleich ist ganz leise summe im hintergrund ach da ist es musik 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 musik